hallo entdecker freunde heute frage ich mich woher kommen eigentlich die bunten farben in den blättern wenn es herbst wird wir haben jetzt anfang september und so langsam färben sich die blätter im wald schon bunt bevor das passiert habe ich mir noch ein paar geschnappt von den grünen und die untersuche ich jetzt mal was ich dazu machen möchte ist papier chromatographie das habe ich euch schon mal gezeigt mit bunten wasserlöslichen filzstiften jetzt machen wir das ein bisschen anders aber das prinzip ist das gleiche ich brauche einen mörser dazu das ist so eine porzellanschale die ist ihnen nicht glasiert sondern rau und sie hat so ein stößel der ist auch rau damit kann man sachen zerreiben vielleicht habt ihr sowas in der küche wenn nicht könnt ihr aber auch einen stabilen keramik becher nehmen es geht darum das blatt möglichst zu zerkleinern so dass die blatt farbstoffe daraus kommen ich habe hier als beispiel mal ein paar buchenblätter die habe ich auch schon ein paar tage sind jetzt getrocknet ihr könnt die aber auch frisch nehmen dann ist zwar noch ein bisschen wasser drin aber das stört nicht für das experiment reichen so drei blätter und die muss ich erst mal zerkleinern und das mache ich mit einer schere und schneide die in möglichst kleine fitzelchen ich habe jetzt hier mal so anderthalb buchenblätter genommen das ist also gar nicht viel zeug was ihr dazu braucht und als nächstes nehme ich sand dazu das sollte möglichst feiner sand sein und er sollte gewaschen sein dass da kein schmutz drin ist mein sand ist jetzt nicht so ideal vogelsand geht zum beispiel gut und da reicht so eine kleine löffelspitze die gebe ich zu meinen blättern wozu ist das gut der sand hilft dabei die blätter zu zerreiben so dass die zellen in den blättern kaputt gehen und der farbstoff austreten kann jetzt brauche ich ein lösungsmittel in dem sich die farbstoffe auflösen sollen und dazu nehme ich aceton heißt das das ist so ein lösungsmittel das ist so mittelpolar polar heißt benzin ist sehr unpolar wasser ist sehr polar und dann gibt es alles dazwischen zum beispiel ethanol ist so ein bisschen unpolar aceton ist eigentlich so genau dazwischen und deshalb nehme ich das hier auch das könnte in der apotheke besorgen oder im baumarkt das nimmt man zum reinigen oder in der drogerie abteilung als nagellack entferner da ist das auch drin jetzt muss ich sehen wie viel ich nehme ich dazu benutze ich immer meine einweg pipetten und die brauchte hier auch und das ist so ein bisschen gefühlssache da müsst ihr sehen dass das ganze nicht zu nass wird aber ihr könnt jederzeit auch aceton dazu geben wenn es nicht reicht also ich nehme mal so zwei pipetten voll so ganz wichtig habe ich gleich hier vergessen schutzbrille ist sinnvoll wenn ihr mit solchen lösungsmitteln experimentiert also setze ich mir sie mal die schutzbrille auf und jetzt kann ich anfangen meine buchenblätter zu zerreiben mit meinem mörser und stößel damit das nicht so eine schweinerei wird wirklich so ein haushaltstuch da drunter und legt einfach mal los gibt ein sehr hässliches geräusch sondern reibe geräusch eben das dauert auch eine ganze weile je gründlicher er das macht desto besser wird das ergebnis von eurem experiment nach einer weile bekommt man dann so einen grünen saft so einem pflanzenblatt extrakt das aceton zieht nämlich die pflanzenfarbstoffe aus dem blatt raus deshalb nennt man es auch extrakt oder diesen prozess eben extraktion so ich glaube das reicht das ist jetzt ganz gut zerkleinert jetzt muss ich sehen wie will ich denn den farbstoff auftrennen chromatographie papier chromatographie habe ich erzählt und dieses mal nehme ich ganz einfaches kopierpapier aber nicht das 80 gramm pro quadratmeter sondern etwas stärkeres das hat glaube ich meins 120 also es muss ein bisschen stabileres papier sein ihr könnt auch zeichenblock papier nehmen das geht auch sehr gut aus meinem papier schneide ich mir jetzt so ein streifen raus das in zu vier zentimeter breit und zehn zentimeter lang müsst ihr nicht so super genau machen ich mache es auch nicht genau so ein rechteck streifen der muss so sein dass der hier in so ein schmales hohes glas passt ich experimentiere gerne hier mit diesen kölsch gläsern da passt das gut rein und als nächstes muss ich den blatt farbstoff hier auf mein papier bringen auch dazu benutze ich hier meine kleine einweg pipette die ist ganz spitz ausgezogen ich hoffe ihr könnt das erkennen das hilft mir in einem möglichst kleinen punkt einen möglichst gleichen kleinen fleck hier auf meinem chromatographie papier zu machen und ihr macht das ungefähr ein zentimeter von einem rand entfernt also nicht direkt am unteren ende sondern so ein zentimeter nach oben verrutscht das ist ganz wichtig dass ihr das nicht zu tief ansetzt so ich muss mir was hier raus pipettieren in meine kleine pipette rein das nicht ganz so einfach weil die sandkörnchen die spitze verstopfen muss man ein bisschen vorsichtig sein und dann jetzt kommt der schwierige teil hier können auch die großen mal helfen muss man mit ruhiger hand so ein möglichst kleinen tropfen hier auf das papier tupfen der farbstoff zieht sofort in das papier das liegt an dem aceton mit wasser würde das so nicht funktionieren das zieht sofort ins papier ein und aceton ist ein organisches lösungsmittel das verdampft sehr schnell deswegen trocknet dieser tropfen auch nachteil beim schnellen verdampfen ist es ihr habt das dann auch in der luft dieses experiment solltet ihr möglichst in einem gut gelüfteten raum machen dass ihr nicht so viel acetondampf einatmet so das gibt jetzt so einen blass grünen punkt und damit das experiment gut funktioniert brauche ich viel farbstoff deswegen tupfe ich mehrere kleine tröpfchen immer wieder auf dieselbe stelle und lasst das aceton zwischendrin verdampfen je mehr farbstoff ihr auf den fleck bringt desto besser funktioniert das ganze passt auf dass die flecken nicht zu groß werden weil dann sieht es hinterher nicht so schön aus so das reicht mir jetzt erstmal diese beiden flecken nehme ich jetzt und möchte die auftrennen und dazu brauche ich noch eine zweite mischung aus aceton und diesmal benzin mit dabei ich nehme ein teil aceton und vier teile benzin und mische das ganze das mache ich wieder mit den einweg pipetten und ziehe das aceton auf einmal und vier mal benzin und mische das ganze dann so könnt ihr am einfachsten einteile vier teile mischung herstellen ich habe das hier schon mal vom letzten versuch übrig behalten und möchte das mal benutzen und zwar habe ich da so ein zwei drei millimeter hoch in dieses glas reingeschüttet von dieser aceton benzin mischung in der chromatographie nennt man diese mischung dann auch laufmittel das bedeutet das extraktionsmittel ist das aceton damit habe ich den farbstoff rausgeholt aus den blättern und das laufmittel das heißt das was mir meine farbstoffe hier auf dem blatt papier verteilt das besteht jetzt aus aceton benzin gemisch und das experiment geht jetzt ganz einfach ihr stellt dieses blatt papier in diese benzin aceton mischung und dann wandert das aceton benzin gemisch hier ins blatt und wandert langsam in dem blatt papier hoch das dauert so eine halbe stunde bis stunde müsst ihr ausprobieren was passiert bei dieser chromatographie die verschiedenen farbstoffe sind unterschiedlich polar und je nach polarität wandern die unterschiedlich schnell durch dieses blatt papier und am ende bekommt ihr ein muster wo er die einzelnen farben aufgetrennt bekommt und was man eigentlich bei allen grünen blättern sieht die ich so gesammelt habe ist wir haben zweimal eine grüne farbe einmal eine gelbe und das was am schnellsten wandert und oben ist auf dem blatt papier das ist so orange rot und von den farbstoffen her sind das zwei sorten chlorophyll das ist das wo die pflanze fotosynthese mitmacht zwei varianten von chlorophyll und xantophyll das ist dieser gelbe farbton und karotinoide das was oben am schnellsten wandert probiert das mal selber aus mit verschiedenen blättern und ihr werdet jedes mal etwas unterschiedliche muster bekommen aber eigentlich immer dasselbe schema zwei grüne eine gelbe und eine orangene lauffront so heißt das das was am schnellsten da durch wandert und das ist auch die erklärung warum die blätter sich im herbst bunt färben denn als erstes werden die chlorophyll die grünen farbstoffe abgebaut von der pflanze dann bleiben die gelben und rötlichen farbstoffe über und deshalb kriegt man diese wunderschöne laub färbung im herbst probiert das auf jeden fall selbst mal aus das ist gar nicht so schwierig und schaut beim nächsten mal wieder zu nächsten sonntag gibt es ein neues experiment im entdecker lab tschüss 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 Bis zum nächsten Mal.